Hallo und herzlich willkommen! Zurück zu einer neuen Folge Fit the Beast mit Sir Craddock! Peace Leute! Und? Ja! Und? Was und? Wem? Und? AK! Oh yeah! Zwei hast du irgendwie gerade verschlafen. Ja, sorry, es ist früh oder spät oder was auch immer. Egal, die Uhrzeit spielt keine Rolle auf jeden Fall. Ja. Ähm, und hier ist... Ja, bei mir ist hier ein Creeper explodiert. Und wir brauchen Zinn. Und das bin ich gerade am besorgen. Wir brauchen Zinn und Redstone. Genau. Und deswegen bin ich gerade... Batterie. Und hier fährt gerade ein Krankenwagen vorbei. Ja, und ihr seht mich gerade komisch in der Küche rumstehen, ja. In der Küche, ja. Und überlegen, was wir gerade brauchen. Und ein bisschen... Und ein bisschen... Und hier auch. Ja, klar, ja. Was gehört? Nicht Crane lecken, sondern das andere lecken. Ach, das lecken. Ja, das lecken. Aber du... Äh... Hallo, wo ist die Hülle hin? Ach, da unten. Hallo. Ich melke mal wieder unsere Bäume. Yeah, ich hab ne Mini-Hülle gefunden, oder? Ne, die wird größer. Hey, wir haben das Teil nicht mehr. Was haben wir nicht mehr? Diesen... Diesen Hahn da. Ja. Treetab. Äh, ja. Einfach... Neun machen. Ist billig. Eigentlich. Wie viel Holz? Und in welcher Formation? Ähm... Links... Ja, gib einfach ein... Not Enough Items... Äh, Dings ein. Treetab. Was? Wie heißt das Ding? T-Tree-Tab. Also, Tree wie Bar... Auf Englisch halt. Da haben wir schon... Da gibt's ein Electronic Treetab. Aber... Aber... Ah, okay. So mit noch... Pinne... Genau. Wie ne Pistole mit übergroßen... Ding... Genau. Wie ne Pistole mit übergroßen... Ähm... Genau. Ähm... Äh, ich bin am Suchen unserer Höhle, aber ich find die nicht. Wo wir drin waren. Weißt du das? Hm? Achso, doch. Ich weiß wo sie ist. Klar, weil sie das ist. Okay... Ja, ich such noch ein bisschen rum. Falls ich's nicht finde, sag ich die Bescheid. Ja, dann... Oh! Hm. Fick dich. Nein. 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 Doch, du hast recht. Hey. Wieso war ein Krischer oben auf diesem kleinen Raum? Keine Ahnung. Dann war's wahrscheinlich... Oh, oder? War's hier? Naja. Egal. Egal. Äh, dann geh ich wieder in mein Strip-Ding da. Strip-Ding? Ja, ja. Dann stripp ich mal wieder ein bisschen. Für euch. Zack. Wham! Arschbongel. Yay. Wirklich auch. Genau. Extra nur für euch hier live zu sehen auf meinem Channel. Ja. Schleichwerber. Was hab ich denn da eigentlich gefunden? Monazid? Oh. Okay. Wir brauchen 10, nicht Monazid. Und 3. Ich weiß. I know what. Redstone. 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 Redestein. Los. Äh. Redstone. Dich nehm ich mal mit. Fackel. Da. So. Oh Gott. Hier ist dunkel. Was? Gott ist dunkel? Ja das stimmt. Nein. Hier ist dunkel. Das stimmt mein Junge. Es gibt auch dunkel Momente im Leben. So. Ja! Fuck! Wo war's? Ich bin meinen langen Schacht nach unten gefallen. Weltrekord. Hallo. 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 Oh shit. Sogar meine Bronzer Schacht liegt da unten. Äh. Das nehm ich mir mal mit. Schachtscheise. Ich hab jetzt nicht mehr gehört. Okay. So. Ah hier ist ein Creeper explodiert. Ja. Dun 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 dun. Ich hab den Weg selbst abgerissen und baue ihn gerade wieder hin. Achso. Okay. Ja, wusste ich dann, ich. Den Baum, den habe ich absichtlich auch noch abgerissen. Oh, shit. Super, jetzt falle ich dann da nochmal runter. Oder? Ja. Ach, shit, ich muss nochmal runterspringen. Respawn. So, ich brauche eine Spitzhacke. Spitzhacke, da ist einer, okay. Die reicht mir. Zack, zack, zack. Ja, mein Death Counter geht hier natürlich in dieser Folge wieder. Stein nach oben. Aber ich habe es bis jetzt geschafft, noch nie geschafft, eine ganze Folge lang zu überleben, glaube ich. Ja, wenigstens gibt es keinen Death Counter. Doch, gibt es, glaube ich. In Statistiken. Okay, das wäre natürlich nicht. Puh, okay, fast wäre ich wieder runtergejumpt. Aber diesmal nicht. Ist die Selbstmordprobleme oder sowas? Nein. Müsste ich was wissen? Nein. Nein, nein, ich habe dir alles erzählt. Gut. Nein! Sonst wäre es ganz schnell aus mit unserer Fiktion. Ich habe noch ein halbes Herz. Ich habe noch ein halbes Herz. Und ich habe einen Stack dabei. Oh Gott, gut. Zack. Ja. Wie sieht ganz schnell aus mit unserer Fiktion. Also als Les Player hat er mich vorhin. Okay. Okay. Bei mir setzt da gerade über so traurig die Musik ein, voll passend. Du bist traurig. Wieso denn, mein Junge? Lass mir alles sagen. Will ich aber nicht. Ich habe dir alles gegeben. Oh. So. Okay. Dann machen wir mal hier weiter. So weit raus. Müsste. Ich habe dir alles gegeben. Nein, das war mein Leben. Ich habe mein Leben für dich geopfert. Das ist meine letzte, meine letzten Jackie Chan Hosen. Was? Oh Gott. Ich weiß nicht, wieso ich das sage, aber ich sage es. Hier ist Cobblestone, Cobblestone. Das ist mein Lieblingsdrinklager, habe ich dir gefehlt. Ich weiß. Ich weiß, kann man so schön flauscheln. Der mit dem Panda-Muster. Ja. Es tut mir das so frei. Ja, das passt gerade übelst gut. Nur gemerkt, no homo. Ja. Man kann es nicht oft genug sagen, no homo. Das ist noch so eins. Zick. Meins. Jo, wo gehe ich denn mal lang? Wir sind hier auf Level 11. Jo, wo, 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 wo. Ich hoffe, das Ding tut mir nicht weh. Boom, aua, boom, aua, boom, aua. Boom, aua. So, ich hoffe jetzt... Schon wieder so ein Ding. Ich kann irgendwie immer auf dem Regal gehen, rechts klicken und ich krieg Facken. Ich weiß nicht wieso, aber das Regal in meinem Bett ist jetzt der lebendige Fackenspender. Echt jetzt? Keine Ahnung wieso, aber es ist gerade so. Okay. Ja, nee, nee, aber nee, es ist nicht so, dass es jedes Mal spendet, aber ich hatte jetzt halt wieder welche drin und habe es vergessen gehabt. Okay. Und das Eisen. Hallo Eisen. Hallo Eisen. Hallo. Sabra 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 hallo Eisen. Nein, das ist Gold, oder? Das wäre gut, dann kann man nämlich einen Goldchess sogar machen. Naja, alles nicht, schade. Egal, das ist auch wichtig. Zack, 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 sehr nice. Oh Gott, ich bin auf Höhe 9, ich muss dann einmal höher, zweimal höher gleich, zack, so. Das ist natürlich jetzt eine sehr epische Runde, bei mir passiert so viel. Aber ich habe Redstone gefunden. Was hast du? Redstone gefunden. Das ist gut. Zack, einmal, zweimal. Oh, ernsthaft, nur zwei Redstone. Ne, zweimal sonst, zweimal keine Ahnung. Ja, aber ich habe jetzt gerade noch mehr gefunden. Also, passt es. Ich habe 55 Redstone jetzt. Und links neben mir sind Skelette und, oh Gott. Du stirbst nicht. Du kommst mit? Nee, noch nicht. Kommst gleich erst noch. So, dann einmal hier vorbei und nicht stechen lassen von dem Peak-Sitting. Die sind Quarz-Gesteller und die geben dir einfach nur Stromschläge. Mhm. Ich habe dieses komische Appetit gefunden. Zack, kaputt. Ah, komm, wo seid ihr, Skelette? Ach, ihr seid über mir. Ich kann doch nichts sehen, ne? Okay, egal. Ich höre Lava genau da. Lava, Lava, Lava. Oh, Gravel. Hallo Gravel. Ich höre doch ganz irgendwo in der Nähe Lava. Ich will die Lava finden. Und ich höre Skelette. Ey, ich sehe es schon kaum. Ich erschrecke mich vielleicht zu Tod, ja. Yeah, voll. Die Country-Musik hat gerade voll eingesetzt. Ja, nö. Pass natürlich dazu. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, du. Da, du. Da, du. Da, du. Irgendwo hier, da drüben. Komm, ich krieg dich, Lava. da hab ich sie, yes man es wird hell ich brauch kabel, kabel, kabel zack, so, ok meinte hätte ich ein lavabad genommen so, einmal da rumbauen ich habe lava gefunden das heißt die dürften auch nicht fern sein vielleicht habe ich ja glück und finde welche tief ist aber becken hat so nachkommen so dann kann man hier schon mal wieder weiter da 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 das ist ja mal voll tief ich habe eine hülle gefunden und ein skelett bei skelett das ist außerhalb einer range ohne momente bitte die läuft jetzt schon seit zehn minuten und darüber kann ich laufen oder rechts oben sieht man hat man gerade gesehen sweet home alabama ok redstone habe ich dann auf jeden fall schon genug was machst du ja ich habe redstone en masse gefunden aber zin was wir brauchen habe ich nicht gefunden leider ist jetzt nicht gefunden und ich habe schritte hab ich dich nein nicht in die lava nicht in die lava Hilfe ich brauche Licht es bringt einen Meserator nochmal äh der zerteilt der häckselt die Brot stimmt der 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 Pulverizer ist doch der der zerteilt ne der Meserator macht daraus Pulver ok der Pulverizer ist wieder aus einem anderen Mod ist mir leid wegen dem Game gerade aber keine Idee keine Idee keine Idee so habe ich hier Tin gefunden was bist du Cinnabra Gold ah ich habe Gold gefunden 3 Stück mhm Lied Silber Aluminium ne kein Tin bis jetzt ähm jo dann würde ich sagen ich suche in der nächsten Folge weiter äh nach Tin oder ich glaube ich habe hier sogar Tin gefunden oder ist das Aluminium Lied Silber Silber ne ich habe gerade Liedor gefunden ja ok ähm dann war es das für diese Folge äh ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zusehen fürs Einschalten natürlich ähm und dann sehen wir uns nächste Folge wieder genau an am selben Ort und ja hast du noch was genau ok auf wiedersehen bis zur nächsten Folge bye bye